Okay, wir gucken mal das hier an. AssiTube, so verdienst du Geld mit Schmutz. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ach, das ist ein Song oder wie? Jetzt bin ich ja gespannt. Hast du dir den direkt mal angeguckt, den du da hochgeladen hast? Du hast dich in diesem Video... Das ist ein komplett... Das kannst du mir sagen, was du willst. Du bist ein schmutziger Mensch. Oh mein Gott. Ey, da ist ein bisschen grüß dich, Bruder. Das ist ein irrelevantes Möbel wie Feuer. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Heute, liebe Freunde des gepflegten, geistigen Diarrös. Ich bin Flaschikett und heute... Wie die ihre Stimme immer verstellt, das ist Wahnsinn, ja. Also Flaschi hat ein Talent fürs Stimmeverstellen. Wird mal wieder reingeschissen. Du dreckige, dreckige, du hässlige, dreckige, 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 ehrenlose, niveaulose, du hässlige, dreckige, dreckige Lügnerin. Ja, wirklich dreckig. Kleine F***, Alter. Du F***, du... Ja, ich bin ein Assi. Bin ich hässlich oder stinke ich einfach nur? Hey, was ist das denn eine Frechheit? Bin ich hässlich oder stinke ich einfach nur? Warte mal ganz kurz. Das ist von früher gewesen. Ein FAQ, oder? War das nicht ein FAQ von früher? Aber ist schon ganz, ganz alt. Zwei Jahre. Scheiße. Vor drei Jahren krank. Warum müsst ihr mit 13 überhaupt schon Erfolg haben? Klar ist vielleicht so ein geiler Gedanke, den man hat. So, selbst wenn euch jetzt irgendwer pusht und ihr kommt tatsächlich hoch oder ihr kommt in den Algorithmus. Das bringt euch nichts. Du hast viele Träume. Mary Poppins. Weißt du, das ist jetzt immer eine Schmude. Ich habe studiert und habe ein Abitur. Immer auf der Suche, bis du deinen Klick bestest. Alter, wie niedlich. Und dann geschieht was. Und die Massage ist so nah. Lebt denn in Fernsehen. Oh, mein Gott. Alter, jetzt kommt doch dieses bisschen Schlager durch. Ganz wilde Angelegenheit an der Stelle. Das ist Victoria und Sarina, oder? Ich habe mir Realtalk noch nie ein Video von ihnen eingezogen. Also noch nie ganz reingezogen. Ich habe mir einmal bloß, bloß mal kurz drauf gedrückt, um die Stimme mir anzuhören. Und dann konnte ich nicht mehr. Ja, hat nicht funktioniert. Darf ich ihm beleidigen, wenn er was falsch sagt? Nein, keine Beleidigung. Ach du, ach. Darf ich ihm beleidigen, wenn er was falsch sagt? Nein, keine Beleidigung. Kleiner Kelp. Ich will einfach auch. Leute, auch. Das hat mir gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich nutze zum Gewinn. Und dann kriegt er dafür Zuschauer. Wer würde denn sowas lang... Brauchst du meine Katze? Nee. Warte, was war denn das? Gegen wen ist so eine Ansage gekommen? Alpha Kevin, Kuhn.TV, Lenny, LeChanko, Nate. Der hat eine Umfrage ausstellt. Oh, da habe ich eine Umfrage ausstellt. Das wird jetzt unangenehm. Das wird jetzt für alle unangenehm. Das wird jetzt eine sehr unangenehme Sache. Hallo? So, also ihr habt mich jetzt praktisch gezwungen... Ihr habt mich jetzt praktisch... Hey, hört auf mit Catcalling, Mensch. Das ist eine Sache, die geht ja gar nicht. Die möchte ich hier aber komplett unterbinden an der Stelle. Catcalling ist eine Sache, da habe ich mich schon immer dagegen eingesetzt. Oh, Memo, lass kurz stehen bleiben, Digga. Auch als wenn wir hier so wohnen. Weißt du, wie ich meine? Ich tue so, als wenn ich dich filmen beim Eis essen. Oh, Memo. Menschen schreiben, dass sie mich für Geld auslusten. Warum ich jetzt auch einen YouTube-Kanal habe. Ihr wolltet es. Wenn ich dann auch mein eigenes Geld verdienen kann und wir dann nicht mehr von ihm Sachen kaufen lassen mussten, weil ich jetzt bald dazu in der Lage bin, auch mein eigenes Geld zu verdienen und nicht auf ihn angezogen bin. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich eine starke Basis durch Storys aufbauen kann. Willst du uns eigentlich komplett verarschen, oder was? Ich habe genug von dem Scheiß. Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß...